guten morgen morgen ist heiligabend ich grüße euch recht herzlich sebastian hier von der vermodels ja willkommen zur tüch nummer 23 für den rc adventskalender und in der heutigen ausgabe bekommen wir wieder ein teil mit dem wir eigentlich noch nichts anfangen können nämlich die abdeckung fürs batteriefach der fahrbedienung so 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 Das war's für heute.